Hallo, mein Name ist Jakob Hütte. Ich bin zurzeit im dritten Studienjahr Humanmedizin und ihr kennt mich vielleicht von der ein oder anderen ÖH-Veranstaltung, wie beispielsweise dem Block 2 Repetitorium oder dem IKG U-Fresher, den ich für euch organisiert habe. In der ÖH leite ich zurzeit das Referat für curriculare Angelegenheiten. Das heißt, ich arbeite eng mit den Schulvertretungen zusammen, um Änderungen in den Curricula voranzutreiben. Heuer kandidiere ich zum ersten Mal für die Schulvertretung Humanmedizin. Mir persönlich liegen die Themen Peer-Teaching und Lehre an der Uni sehr am Herzen und deshalb würde ich mich in Zukunft in der Schulvertretung dafür einsetzen, das Angebot an Repetitorium weiter auszuweiten. Es würde mich freuen, wenn ihr mich wählt und auch die anderen Kandidaten und Kandidatinnen der WUM, Noam Hartmann, Marius Polei, Nicole Brunner, Yannick Suhr und Alexis Dreitler. Und auf Universitätsvertretungsebene eben die WUM, meine Fraktion, Wiener unabhängige Medizinstudierende. Danke für euer Vertrauen. Vielen Dank.